Und hinter dir. Den mach ich gerade. Okay, der macht mich jetzt, weil ich keine Uni mehr habe. Oh, Bombe. Oh, Mieße. Was passiert hier? Ich werde erstmal vom Panzer überrollt. Ich werde von meinem eigenen Fahrzeug überrollt. Oh Mann, ey. Das hab ich auch noch nicht geschafft, ey. Scheiße. Wirst du rausgesprungen und wirst überrollt, oder was? Ja, so wie es im Stream aussah, ja.